40.000 Euro Lead-Kosten und kein einziger Auftrag. Das ist eine Situation, in der ein Handwerksunternehmen ist, was auf freie Handelsverträge setzt. Ausschließlich darauf, was aber die Struktur nicht besonders gut dahinter gemanagt hat. Wir wollen jetzt einmal erklären, wie kommt es in so eine Situation, wie kann sowas überhaupt passieren, weil es ist ja schon eine ganze Menge Geld. Und ja, wie kommt es aus so einer Situation, wenn du dich in so einer Situation befindest, auch wieder raus. Ja, hallo, erstmal willkommen zum Video. Mein Name ist Alex, Marvin ist auch am Start. Hi. Und es soll in diesem Video um ein Unternehmen gehen, um eine Case Study, will ich nicht sagen. Kleine Anekdote. Ja, ein Negativbeispiel vielleicht gehen, was Vertrieb angeht. Was elf Vertriebler hat, das Unternehmen, davon sind neun freie Handelsvertreter. Und diese freien Handelsvertreter bekommen jeden Monat Anfragen. Die kosten kein Geld erstmal, die Leute. Die Anfragen kosten schon Geld. Was für Anfragen? Also was sind das für die? Es sind erneuerbare Energien, darum geht es, also PV-Anlagen und sowas. Und diese Handelsvertreter sind natürlich als Handelsvertreter nicht hauptberuflich geangestellt. Das heißt, die machen nebenbei noch andere Dinge, Stromverträge, Versicherungen und whatever. Und die Idee war, die haben halt gesagt, okay, wer hat Bock für uns Vertrieb zu machen. Ja, klar, machen wir. Und die kriegen dann Geld. Ist ja kostenlos. Ist ja kostenlos, genau. Ja, genau. Beidseitig denken die das ja. Ja, die zahlen ja nichts aus, sie machen Auftrag und die zahlen anderen ja nichts, weil, ne, außer sie machen Auftrag, kriegen die erst dann Geld. Erstmal, klingt erstmal schlüssig. Und Madics noch folgende. Das Unternehmen hat sich sehr wenig Kontrollmechanismen geschaffen, um zu gucken, was machen die eigentlich mit den Leads. Und jetzt ist das Ding, die kriegen 20 Leads im Monat kostenfrei. Die Leads sind aber für das Unternehmen nicht kostenfrei. Das Unternehmen zahlt pro Lead im Schnitt 100 Euro. Jeder bekommt 20 Leads? Ja. Also das Unternehmen stellt jedem Handelsvertreter 20 Leads kostenfrei zur Verfügung? Richtig, das sind 200 Leads im Monat gerade. Okay. Das ist jeweils 100 Euro pro Lead und seit den letzten zwei Monaten ist kein einziger Auftrag reingekommen. Und das ist natürlich fatal, weil du hast 40.000 Euro Leadkosten und keinen Auftrag. Das Unternehmen lebt trotzdem und ist auch trotzdem, naja, wird jetzt defizitär langsam, aber ist trotzdem noch nicht krass defizitär, weil einfach die letzten Monate davor ganz gut waren. Die Problematik ist einfach, dass an der Stelle, wo du den Vertrieb nicht zentral kontrollierst oder die den Vertrieb nicht zentral kontrollieren, also nicht vorgeben, okay, das müsst ihr in dem Gespräch sagen, das ist der Ablauf. So läuft das Gespräch ab. Können die von den Handelsvertretern nur das erwarten, was die Handelsvertreter selber mitbringen? Und das ist im Regelfall wechselhaft, sage ich jetzt mal, im positiven Sinne wechselhaft. Dazu kommt, dass die Handelsvertreter ja auch andere Dinge noch nebenbei machen. Das heißt, die Motivation, da einen Auftrag daraus zu machen, ist nicht größer, als wann das einen Auftrag daraus zu machen, auch wenn die das in dem Fall 100 Euro kostet, was für Handelsvertreter aber keinen Mehrwert in dem Moment bietet, weil 100 Euro müssen die ja nicht bezahlen, sondern zahlt das Unternehmen. Und ich habe jetzt auch ganz konkret gesagt, die Herausforderung oder das Ziel des Unternehmens ist es am Ende, acht Aufträge im Monat zu machen, dann laufen die plus minus null. Dann sind die so beinahe Viertelmillion Umsatz, das ist von den Liedkosten immer noch fatal in meinen Augen. Aber es ist nicht mehr krass defizitär, sondern es ist dann halt plus minus null. Und acht Aufträge, habe ich jetzt auch gesagt, im Endeffekt sind acht Aufträge, wenn ich es vernünftig mache, 15, 16, vielleicht 20 Beratungen. 20 Beratungen kann einer von den zehn locker machen. So, bedeutet, zielführend ist jetzt zu sagen, ich nehme mir Kontrolle, ich sage, ich nehme mir von den zwölf Leuten, zwei davon sind festangestellt, neun Handelsvertreter, die beiden, die eh festangestellt sind. Diese Leute, denen gebe ich jetzt wirklich eine Struktur in die Hand, vielleicht muss ich die auch selber mal einstelben Monate mitentwickeln und selber halt Termine machen. Aber acht Anlagen zu schreiben im Monat ist jetzt nicht viel. Und dann kann sogar einer von denen diese acht Anlagen problemlos schreiben, wenn der andere auch noch acht schreibt, dann haben sie wirklich Gewinn am Ende des Monats über. Trotz sehr hoher Liedkosten, muss ich sagen. Also, die haben jetzt auch mit uns angefangen Werbung zu machen, da sind die Liedkosten deutlich besser. Also im Verhältnis sind auch die Lieds von der Qualität deutlich besser. Das wirkt sich natürlich jetzt erst nach den nächsten Monaten aus, weil das ist ein gewisses Vorlauf mit der Beratungszeit. Aber die Thematik ist da einfach. Die kaufen sehr, sehr viel von so großen Portalen einfach ein. Und da ist die Mehrfachvergabe halt extrem und die haben trotzdem noch versucht, immer exklusive Lieds zu bekommen, die natürlich trotzdem nicht exklusiv sind. Weil allein über den Eintragungsweg der Anfrage ist es ja so, dass sie sich schon mehrfach einträgt, wenn ich es über Google mache. Das passiert ja häufig. Das Hauptproblem ist ja wirklich die Messbarkeit. Und jetzt ist mal die Frage an dich. Wenn du den Vertrieb komplett selber machst, hast du das Problem natürlich nicht. Aber wenn du überlegst, Vertriebler einzustellen, wie überwachst du den? Und überwachen heißt es nicht im negativen Sinne. Das heißt einfach zu beobachten, das, was er macht, ist das effektiv für das Ziel. Und das Ziel sollte sein, Umsatz zu machen als Vertriebler mit einem gewissen Deckungsbeitrag in den Aufträgen. Und wenn das nicht überwacht wird, dann ist es halt, dann ist es halt, das schneide. Weil da können drei, vier, fünf Monate schlecht laufen. Du kriegst es erst in einem Jahr mit oder so in einem halben Jahr, wenn die Sachen abgearbeitet werden. Und dann feststellst du, oh warte mal, in der Kalkulation hätte es ja gar nicht funktionieren können. Hm, ich habe mich irgendwie darauf verlassen, dass er die Aufträge gut schreibt. Selten ist es mutwillig. Manchmal, also meist wissen es die Leute einfach nicht besser. Die denken ja, okay, wenn ich einen Auftrag zuschreibe, wird das schon passen. Ja, häufig, also ich frage mich gerade, wie wäre es denn ideal? Und du musst ja eigentlich erst mal dafür sorgen, dass du die Messbarkeit hast. Denn du musst natürlich auch selber, viele sind ja in der Situation, dass sie als Geschäftsführer selber den Vertrieb machen. Und da auch irgendwie in so einer Art Rat gefangen sind und sagen, ja, außer mir kann das keiner so gut machen. Ich will aber eigentlich einen Vertriebler einstellen. Aber dann weiß ich auch nicht. Oder sie haben schon jemanden eingestellt und der performt aber nicht so richtig. Dann bekommt man irgendwie ständig Ausreden oder so Hinhaltungstechniken. So, ja, sind gerade total viele Sachen noch offen. Das kommt demnächst alles noch rein und so. Und da glaubt man dann natürlich auch gewisserweise dran, wann ist da oder wie geht man in so einer Situation um? Also erst mal, du musst natürlich selber eigene Ziele haben, glaube ich, oder eigene Kennzahlen, die auf dich angepasst sind. Und dann darf man wahrscheinlich aber auch nicht genau die gleichen Kennzahlen von Anfang an erwarten. Also wie würdest du da angehen? Genau, also im Idealfall ist es so, du machst das drei Monate selbst. Vielleicht machst du schon seit drei Jahren selbst, umso besser. Aber du musst die Kennzahlen, die drei Monate halt wirklich messen. Was wirst du gerade nicht machen? Also wie viele Leute rufst du am Tag an? Wie viele Gespräche führst du? Wie lang sind diese Gespräche? Wie viele Leute kommen tatsächlich weiter dann in ein zweites Gespräch? Wie viele Beratungen führst du vor Ort? Wie viele Angebote stellst du am Ende und wie viele davon kaufen? Diese Zahlen musst du kennen. Und das Spannende ist, wenn du jetzt wirklich darauf wartest, dass das gekauft wird, dann hast du ein, zwei Monate Zwischenzeit teilweise, bis dein Auftrag kommt. Wenn du gut bist, sind es dann nur zwei, drei Wochen, aber bei vielen sind es halt ein, zwei Monate. Bedeutet, wenn du jetzt darauf wartest, dass der Auftrag kommt, kannst du richtig hart hinfallen, weil du dann zwei Monate verzögert erst den Schlag abbekommst. Was aber auf dem Weg dann natürlich passiert, sind die Zwischenschritte. Wenn du jetzt feststellst, der Vertriebler, der hat heute angefangen, der hat heute schon nur die Hälfte der Leute angerufen, die du angerufen hast sonst. Wie soll der in zwei Monaten auf die Aufträge kommen, wenn er jetzt schon nur die Hälfte macht? Das geht gar nicht. Das heißt, an der Stelle kannst du schon gegenwirken, nach einem Tag schon. Nächsten Tag rufst du die gleiche Anzahl an. Super, jetzt kommen aber viel mehr weiter als bei dir. Okay, ungeeignete, komm schnell, mach gerade weiter. Alles klar, musst dir das angucken. Und man sagt immer, 80 Prozent von dem, was du leistest, in einem Acht-Stunden-Tag jetzt, sollte der Mitarbeiter leisten. So natürlich in einem Acht-Stunden-Tag, wenn du 16 Stunden arbeitest, dann halbier das Ganze. Weil du hast die Verbindungen mehr auf dem Schirm in der Firma, das heißt, du kannst Sachen besser abschätzen, du kannst Sachen schnell erledigen. Du bist einfach der Inhaber, so ist es einfach. Er als Mitarbeiter sollte aber 80 Prozent von dem schaffen, was du schaffst. Wenn er 80 Prozent nicht schafft, dann ist das schlecht, dann liegt es entweder an deiner Schulung, meistens daran. Oder wenn eine gute Schulung gut ist und die Systeme gut sind, liegt es halt dann einfach an den Mitarbeitern. Das ist aber, wie gesagt, eher seltener der Fall. Es liegt meistens an der Schulung. Und du musst halt diesen Weg wirklich einmal gehen, drei Monate. Du sagst, drei Monate, mache ich es komplett selbst, schreibe mir die ganzen Kennzahlen auf, jeden Tag trage ich meine Anrufversuche, jeden Tag, wie viel ich erreicht habe. Und dann siehst du ja sehr schnell, schon nach einer Woche kannst du dann sehen, bewegen sich die Metriken von ihm in die gleiche Richtung oder nicht. Und wenn nicht, dann musst du halt gegensteuern. Ja, dadurch schaffst du dir halt wie so eine Art Frühwarnsystem. Damit siehst du halt schon direkt, was in den nächsten Wochen passieren wird, sehr wahrscheinlich. Das ist ja offensichtlich. Wenn er nur halb so viele Termine macht, kann er nicht den gleichen Umsatz machen. Das geht gar nicht. Ja. Und wenn er mal zufällig jetzt den einen Monat in den gleichen Umsatz gemacht hat, mit halb so vielen Terminen, dann wird nächsten Monat wahrscheinlich die Hälfte ein Umsatz nur sein. Und das ist halt, ja. Ja. Ja, interessant ist das auch wirklich. Das war das Thema. Aber man muss es halt machen. Man muss es selber machen. Man kann halt super viel Geld dabei verballern. Man kann aber auch sehr positiv das Ganze wirklich gestalten. Und ja, an der Stelle, ich denke, das war interessant für dich. Ja, eine coole Sache haben wir noch. Wenn du mehr Futter brauchst für deinen Vertrieb, wenn deine Vertriebler mehr Anfragen brauchen, auch eigene Anfragen, so wie der Alex das eben erklärt hat, die jetzt nicht von Portalen kommen, sondern über einen eigenen Weg, haben wir eine kostenlose Marketing-Schablone für dich. Die findest du hier unter dem Video verlinkt. Da sind echte Beispiele drin von echten Fachfirmen, die regional Werbung schalten und eigene Werbung in ihrem Namen schalten. Und ja, das kannst du dir einfach mal anschauen, runterladen. Da siehst du, was gerade funktioniert. Und ja, kannst du dich einfach eintragen, kostenlos runterladen und das Ganze dir anschauen. Ja. Ansonsten hoffen wir, dass dir das Video gefallen hat und dann bis zum nächsten Video. Bis dann.